Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde The Samaritan Paradox. So, ja, also erstmal hatte ich das Problem, dass ich die Escape-Taste gedrückt habe, was das Spiel anscheinend in diesem Abschnitt nicht mag und daraufhin mir abgeschmiert ist, weswegen ich alles neu bis zu dieser Stelle spielen musste. Ich hoffe, dass ich alles gemacht habe. Ich habe den Schwefel nicht reingeschmissen da in den Ofen, aber das können wir ja dann noch machen. Und, ja, ich gebe es zu. Ich war da so verzweifelt, dass ich nachgeguckt habe, wie das hier funktioniert. Es ist mega peinlich. Also die Idee von mir war an sich nicht schlecht. Grün ist blau und gelb und ergibt dementsprechend, ähm, ergibt dementsprechend braun. So. Und, äh, was sie aber wohl wollten, ist, dass man halt alle drei Grundfarben hier rein mischt. Ähm, und so das Braun erzeugt. Zumindest habe ich das so verstanden. Das werden wir gleich sehen, ob ich das jetzt richtig habe. Und das war halt das, was ich nicht gemacht hatte. Hä, Senfgrün? Hä, ich habe doch jetzt alles richtig gemacht? Muss ich da eine ganz bestimmte Reihenfolge für haben? Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, ich habe es doch schon falsch. Aber was war mit den Grundfarben? Hä? Also, zumindest das, was ich gesehen hatte, habe ich irgendwie Mist gebaut? Kann natürlich sein. Ne, ich habe, ich habe gerade die richtigen... Probieren wir es mal. Wir probieren mal eine andere Reihenfolge. Zack, das da zuerst. Äh, dann nehmen wir mal die Bären zuerst. Äh, zweites mal nicht. Jetzt hätten wir Lila. Und jetzt mischen wir Lila mit Gelb. Jetzt haben wir Braun. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ganz ehrlich, das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Wenn ich drei Farben mische, dann müssen die eigentlich am Ende immer gleich aussehen. Na ja, gut. Nicht, wenn ich die Chemie mit reinnehme, ne. Es könnte tatsächlich sein, dass irgendwas an chemischen Prozessen war. Egal, jetzt haben wir es Braun. Was soll's? Wir haben es Braun. Okay. So, ach, dann war mir noch was aufgefallen. Das hatte ich nicht nachgeguckt, aber ist mir aus Versehen beim Nachspielen passiert, weswegen ich es dann nochmal nachgespielt habe. Ähm, das sehen wir gleich. Und zwar... Nein, nein, ich wollte noch gar nicht ins Lauf. Ich muss ja noch zu dem Köhlerofen. Äh, Räucherofen. So, hierhin. Jo, 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 lauf mal rüber. Ja, ähm... Den Schwefel rein. Ein stinkender Geruch bekam sich zu verhalten. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie sie den... in die Milch reinkriegt, den Geruch, aber hey. Sie stellte den Eimer mit gefärbter Milch auf die Ablage über der Kohle. Sie ließ die Milch einiges an Rauch aufnehmen, bevor sie ihn nahm. Sisi nahm. Die Milch stank jetzt nach Schwefel. Hervorragend. Wir haben stinkende... braun gefärbte Milch. Fantastisch. Ja, wie gesagt, auf diese braunen Mischung. Also ich... anscheinend musste sie in einer ganz bestimmten Reihenfolge stattfinden. Bin froh, dass ich es jetzt beim zweiten Mal angeblich so richtig hingekriegt habe. Äh... Weil ich hatte mir jetzt nicht die Reihenfolge aufgeschrieben. Und zwar das andere, was mir aufgefallen war, was ich bisher nicht gemacht hatte. Ich hatte mir die große Tür wohl nicht angeguckt. Also ich musste sie zweimal spielen, weil beim zweiten Mal spielen habe ich sie mir angeguckt. Aber das stellt man nämlich fast fest. Die Tür war verschlossen, aber es gab eine große Nische an der Tür, die einen seltsamen Apparat enthielt. Da haben wir das hier. Ich hab... Angst. Ich hab noch ein bisschen Angst, was wir damit anstellen müssen. Aber, ähm... Ich freu mich auch ein bisschen drauf. Ich find die Rätsel hier nicht schlecht. Sind anstrengend, aber nicht schlecht. Es ist... Es ist eine etwas andere Herausforderung. Ich muss zugeben, bei Point-and-Ticket-Adventures... Es sind für mich keine Puzzle-Spiele, keine Rätsel-Spiele in diesem Sinne. Aber, ja, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Guten Morgen, Innkeeper. So, wie kann ich dir helfen? Was können Sie mir über das Schloss am Tor erzählen? Was können Sie mir über das Schloss am Tor erzählen? Oh, das Ding! Nur einige Leute wissen, wie zu gehen. Wenn der Schrein für den Publikum örtet, ist das Tor örtet. Also müssen die restlichen uns nicht über das worrychen. Ich habe gehört, dass es Riedel gibt, die Sie sich umsetzen müssen, um es zu öffnen. Siehst du? Du hast mir einige Räume für mich. Ich habe, oder nicht? Guten Morgen. Bis ich dich wieder zu treffen. Dass er keine Gerüchte kennt. So, wir haben die Milch. Jetzt die interessante Frage. Was fangen wir jetzt damit an? Sagen wir der Wache? Wir müssen nach oben gehen, um die Milch zu bekommen. Äh, abzugeben? Anscheinend nicht. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Gehe sicherlich. Dann probieren wir es hier. Grüß, Schöler. Was kann ich für dich tun, Frasier? Frasier? Sie nennt sich selbst Freya. Aber eher da und Frasier. Und ich glaube, da ist tatsächlich das Problem, dass derjenige, der den Ton reingesprochen hat, halt nie mitbekommen hat, wie die anderen das aussprechen. Naja, das liegt halt daran, dass die Leute sich teilweise nicht mehr untereinander kennenlernen und nur ihre einzelnen Texte haben. Äh, sind sie wirklich so klug? Können sie mir was von ihm an den Heiligen Schreit erzählen? Was tun sie hier? Nein. Ich muss gehen. Goodbye. Ähm. Den Eimer jetzt mit ihm verwenden? Hä? Wir hatten die Notiz. Bei der Sisten sah ein Steinbockmilch-Sphinx-Zahn. Steinbockmilch war... Nein, ich sollte auf meinem Weg sein. Hä? So ließ sich doch die Steinbockmilch herstellen, oder? Ähm. Schmeiß ihm den ins Gesicht. Nicht die stinkende Suppe. Leider nicht. Hm. War das nicht genug? War da noch was? Hm. Äh. Was ist das? Leider können wir mit... Das ist schade. Wir können ja mit ihm nicht nochmal darüber sprechen, worüber wir mit ihm schon gesprochen haben. Das finde ich ein bisschen schade hier. Können Sie die Milchschutzschleidwerken? Hey! Sind Sie mit der Milchschutzschleidwerken familiar? Die Milchschutzschleidwerken? Die Milchschutzschleidwerken? Ich habe es gehört. Sie sollte es bräunen und rekenen von Hölle sein. Warum fragst du es? Ich war nur interessiert. Was ist es für die benutzt? Magik, ich würde sagen. Rituale. Danke. Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, Scholar. Was kann ich für dich tun, Frasier? Sind Sie mit... Du sagst, der Lehrer... Ich habe wirklich nicht Zeit, um einen bestimmten Examiner zu ermöglichen. Maybe you could come up with a quick way to test me? I... I suppose... Testing my wits should not be so difficult for someone that smart. Just come up with something to ask me, quick. Yes. Yes. Oh, I know! Here is a riddle for you. If I am yours, you must keep me. Give me to others and I will die. Good one. Yes. Can you solve it? Hmm, too hard. Do you have another one? An easier? Sure, I have many more. I have one head, one foot, and four legs. What am I? Not so bad, right? I did not like that riddle. Do you have something else? Very well. Here is a good one. I followed you to the bed last night. I led the way there. I kept you company for a while, but not until I died, could you fall asleep. That was too strange. One last chance, please. That was too strange. One last chance, please. Fine, but this is the last one. The one who built me does not want me. The one who buys me does not need me. The one who needs me does not know it. So, have you got any answers? No, I fear I could not answer your riddles. Do not worry. Leave the thinking to us, sister. That is what we are here for. Answering the questions. Yes, I see your point now. Alter, das konnte ich mir doch nicht merken. Ähm. Okay, wir vergleichen das mal ganz kurz. Ich kann mir doch die vier Dinger nicht alle gleichzeitig merken. Wollte die mich auf den Arm nehmen. Ähm. Also, irgendwas war mit Sonne, aber das war doch das dritte, was mit Sonne war. The one who needs me doesn't know it. Also, jemand, der mich baut, braucht mich nicht. Jemand, der mich hat. Jemand, der mich kauft, braucht mich nicht. Jemand, der mich baut, will mich nicht. Jemand, der mich braucht, der kennt es nicht. Okay, ich, 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 ich hoffe einfach. Fach. Es gab eine Art Nische in der Tür. Äh, äh. Im Feuerverschnitt, die Kombinationsschloss war. Symbolen, ähm. Okay, also er hat uns halt im Endeffekt genau das als Rätsel gestellt, weil er ihm kein gesundes, äh, kein gescheites Eingefalltes. So, probiert es nochmal. Could you repeat the riddles, please? Now, pay attention. If I am yours, you must keep me. Give me to others, and I will die. I have one head, one foot, and four legs. What am I? I followed you to the bed last night. I led the way there. I kept you company for a while, but not until I died could you fall asleep. The one who built me does not want me. The one who buys me does not need me. The one who needs me does not know it. So, any answers? No, still no answers. They are simply too difficult for me. As I said. Leave the thing. Yes, I... I must go. Oh Gott, ey, da tue ich mich jetzt gerade echt schwer, mir die zu merken. Ähm. So, was war das Erste? Das zweite war das Bett Hat ein Kopfende und ein Fußende Und vier Beine So Was war das erste? Das klang dann gar nicht so schlimm Als ich es gehört habe Mann, ey Genau, das war das mit dem Weggeben Wenn es dir gehört, ist es am Leben Wenn du es weggibst, wird es sterben Also da könnte ich tatsächlich auf Herz tippen So, das Problem ist, das dritte Das war, ich habe dich Begleitet Bis ins Bett Aber erst wenn ich sterbe Kannst du schlafen Das ergibt keinen Sinn Für mich Also Sonne hätte halt gepasst Andererseits Geht man halt noch bei Sonne Sonne schlafen Hängt ein bisschen von der Gegend ab Ehrlich gesagt Und das letzte ist Das war dann das letzte Ey, okay, okay Also das ist Das ist definitiv Nicht mein Lieb Moment Wo ist mein Handy? Ich fotografiere jetzt einfach Die einzelnen Dinge ab Damit ich sie mir in Ruhe Dann nochmal durchlesen kann Machen wir es einfach so Das ist ein bisschen cheat Irgendwie schon Aber ich kann es mir einfach nicht merken Es tut mir leid Sonne ist einfach ein alter Mann Und man kann sich Sowas nicht mehr merken Ich hoffe, das klappt Ähm So, wir gehen da jetzt rein Ach du Schande Das wird furchtbar Das zu fotografieren So Ähm Die Können Sie die Rittles, bitte? Jetzt, beantworte Wenn ich deinem ist Dann müsst ihr mich Gib mir zu anderen Und ich werde sterben I have one head One foot And four legs What am I? I followed you to the bed Last night I led the way there I kept you company For a while But not until I died Could you fall asleep The one who built me Does not want me The one who buys me Does not need me The one who needs me Does not know it So Any answers? No Still no answers They are simply Too difficult for me As I said Leave the thinking to us, sister That is what we are here for Answering the questions Making the decisions Yes, I see your point now Okay, ich muss los Goodbye So, ich hab's mir jetzt auch fotografiert Okay Das erste ist Wenn ich dein bin Musst du mich behalten Gib mich anderen Und ich werde sterben Die Übersetzung Von dem her Was ich gehört hab Passte auch Herz könnte halt sein Wenn Ich dein Herz bin Na Dann musst du mich behalten Gib mich jemand anderem weiter Dann werde ich sterben Das könnte mit Herz Durchaus passen Mit allem anderen So Sarg Sonne Das passt irgendwie nicht So Bei dem zweiten Bin ich mir ziemlich sicher Ich habe einen Kopf Einen Fuß Vier Beine Was bin ich? Bett Passt hervorragend Alles andere passt für mich nicht So Ich bin gestern Ich bin dir gestern Ins Bett gefolgt Ich habe den Weg geleitet Ich habe dir eine Weile Gesellschaft geleistet Aber ich konnte Du konntest dich Einschlafen Bevor ich Aber bevor ich nicht starb Konntest du nicht einschlafen Das würde eigentlich Hervorragend Zu der Kerze passen Aber das wäre das vierte Der der mich baut Will mich nicht Der der mich kauft Braucht mich nicht Der der mich braucht Weiß es nicht Haben sie die vertauscht? Nee Das kann ich mir nicht vorstellen Der der mich braucht Weiß es nicht Also wie gesagt Wenn ich den Schuhe Begleite mich natürlich Irgendwie auch schon Bis zum Bett Aber Mir macht es schon Der erste Schwierigkeiten Wenn ich dein bin Musst du mich behalten Gib mich anderen Und ich werde sterben Also Sonne Macht halt keinen Sinn Herz würde für mich halt Sinn ergeben Also Liebe Wenn ich dein bin Du kannst halt Liebe Nicht weitergeben Oder jemanden Den du liebst Irgendwie Dann wird Weiß ich nicht Irgendwie so auf das Könnte das gemünzt sein Ähm So Mit dem zweiten Bin ich mir Wirklich sicher Ich bin dir gestern Ins Bett gefolgt Ich habe deinen Weg Geleitet Ich habe dir eine Weile Gesellschaft geleistet Aber bevor ich nicht starb Konntest du nicht einschlafen Aber ich kann ganz hervorragend Bei Regen schlafen Ich weiß halt nicht Was das sein soll Also das hier ist ein Mensch Das ergibt keinen Sinn Nachttopf Oder was auch immer das sein soll Gibt für mich auch Gar keinen Sinn Ähm Das Das Könnte das von unten Nach oben sein Nein Das kann gar nicht sein Weil das zweite Ist das Bett Mit dem Bett Bin ich eigentlich Sehr sicher Und dann haben wir dieses Ich bin Gäst Äh Der der mich baut Will mich nicht Der der mich kauft Braucht mich nicht Der der mich braucht Weiß es nicht Was Könnte man brauchen Weiß es aber nicht Da wäre sowas wie Wissen oder so Aber das baut man nicht Der der mich baut Will mich nicht Der der mich baut Will mich nicht Der der mich kauft Braucht mich nicht Der der mich braucht Weiß es nicht Das wäre Ein Sarg Das würde sehr sehr gut Zum Sarg passen Ehrlich gesagt Aber dann wäre das Von unten nach oben Und da komme ich Gar nicht mehr hin Weil wenn ich Dein Bild Musst du mich behalten Gib mich jemand Anderem So werde ich Sterben Ähm Oder das ist überhaupt Nicht in Reihenfolge Dann Könnte ich natürlich Ich bin dir Gestern ins Bett Gefolgt Dann könnte das Der hier sein Und dann Wenn ich Was war das Wenn ich dein bin Musst du mich behalten Gib mich anderen Und ich werde sterben Wenn ich Dein bin Oh Okay Ähm Ja Es war nicht in Reihenfolge Wie er die Rätsel aufgesagt hat Dankeschön Das Hat die Sache natürlich Nochmal schwieriger gemacht Moment Ich muss mein Handy wieder ranhängen Das ist irgendwie ein bisschen leer So Zack Ähm Ja Wir haben es geöffnet Donalitchen Jetzt weiß ich immer noch nicht Wofür dieses Fragezeichen steht Äh Was war das nochmal Der Der Mich Ich dachte Wer es mich verschenkt Der Keine Ahnung Ich weiß nicht Wofür das Fragezeichen steht Das Tor war geöffnet Also begann sie zu rücken Hey was machst du? doing I I I am delivering the special goods to Mimir and Fenrev Let me see I know what Mimir has requested It seems you have What Mimir has requested I guess I will let you pass But if it turns out you have tricked me Pray that the gods help you Sure Sie öffnete das Tor Und betrat einen langen Und gewundenen Tunnel Durch den Berg Es war dunkel Und hin und wieder teilte sich der Tunnel in verschiedene Richtungen auf. Nach zwei Stunden erreichte sie einen seltsamen Smaragden und einem einzelnen Lichtstrahl erleuchtete Kammer. Es schien ein Buch darüber zu sein, wie man eine Art dämonische Sprache spricht. Das brauchen wir! Oh, fotografiere ich mir ab? Sekunde. Vielleicht können wir hier immer wieder zurückkehren, das weiß ich nicht, aber für den Fall das nicht. Das ist der Code, den wir brauchen, um durch die Tür zu kommen. Das ist der Code, den wir in der anderen Welt brauchen, um durch die Tür zu kommen. Ja, geil! Smaragde. Können wir einfach durchgehen? Sie drückte leicht gegen die Tür und wurde vom Glanz der untergehenden Sonne begrüßt. Ah, okay. Hier in Kapitel 2. Verdammt, wo es gerade spannend wurde. Ich nehme an, wir können hier immer wieder nachgucken. Ja, 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 okay, okay. Das heißt, das ist gefixt soweit, dass wir da gar nicht aus Versehen raus können. Aber damit war es das dann auch. Wir sind tatsächlich durch Kapitel 2 durch. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao! Euer Sunny.